Bei dir ist ja klar, der Kevin, ne? Ist nicht mehr so krass. Hat sich da was geändert? Doch, ja. Doch noch, ne? Es ist am ehesten so Ryan und Sandro. Aber die sind auch immer zusammen unterwegs jetzt. Wow, fuck. Und die reden noch. Ja, der Ryan gefällt mir ja ganz gut. Aber der ist halt so schüchtern. Und das ist das Problem. Ich bin grad übel abgefeilt, weil die zu zweit so niemand kommt zu einem. Und ich denk mir so, komm doch mal her, sag mal guten Morgen vielleicht? Also, so sei doch selbstbewusst, komm zu mir. Aber für mich ist gar kein Problem, wenn du die auch kennenlernen willst. Weiß ja, ich meine? Gar kein Problem. Wir sind hier in einer Dating-Show. Das ist nicht, ich finde meine beste Freundin. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, was bei den Männern los ist. Und so? Das soll halt kein Keil zwischen uns treiben. Weiß ja, ich meine?